Hallo und willkommen zu Lone Star. Wir spielen Elex 2. Wir sind mit Corny gerade bei den Alps. Wollte schon Klerikern sagen. Keine Zeit für eine Konversation. Er hat aber anscheinend keine neue Mission für uns. Deswegen muss man ihn vielleicht austauschen, dass wir wieder jemand anderen holen. Was brauchst du? Ich möchte etwas kaufen. Was willst du haben? Treibstoff. Sieht nicht gut aus. Da gibt es wohl nichts. Hey Jax, warte mal. Hast du mich gerade gerufen? Ja, ich... Ich habe über etwas nachgedacht. Und muss mal mit dir reden. Aber nicht hier. Worum geht es? Ich... Ich habe ein Problem. Du bist vielleicht der Einzige, der mir da raushelfen könnte. Wie kommst du darauf? Du hast dich schon mal gegen die Direktive aufgelehnt und bist davon gekommen. Ich brauche Hilfe von jemandem, der sich damit auskennt. Gut. Du willst gegen die Direktive handeln? Psst. Nicht so laut. Komm mit. Wir reden woanders weiter. Ja, dann folgen wir ihm doch mal. Am besten haut er hier einfach ab aus dem Haufen. Sehr unauffällig in dieser Ecke. Der Rack. Dann erzähl mal, was hier niemand hören darf. Bevor ich mich selbst belaste, muss ich dir ein paar Fragen stellen. Wie stehst du zu den neuen Regeln? Was genau meinst du? Findest du es gut, dass Leute eine gewisse Ration Elex bekommen, manche mehr und manche weniger, und diese Ration auch nehmen müssen? Ich finde es gut, dass niemand mehr gezwungen wird, so viel zu nehmen wie früher. Ich finde, jeder sollte für sich selbst entscheiden, was die richtige Menge für ihn ist. Ja, das weiß ich nicht. Ja, ich finde, jeder sollte sich an die Direktive halten, ohne Ausnahme. Ich finde es gut, dass niemand mehr gezwungen wird, so viel zu nehmen wie früher. Also, du bist der Meinung, dass es Leute gibt, die mit weniger Elex effektiver sein können, als andere, die mehr bekommen? Äh, nein, je mehr Elex jemand nimmt, desto effektiver ist er. Was fragst du sowas? Ja. Hm, ich denke... Okay, ich verrate dir jetzt was. Das darfst du niemandem erzählen. Hab ich dein Wort? Aber Corny hört auch mit. Du hast mein Wort. Alles klar. Dann mal los. Ich nehme... kein Elex mehr. Wie jetzt? Darum hast du so ein Geschiss gemacht? Das ist illegal, oder? Das ist eine ernste Sache. Dafür könnten sie dich hinrichten. Das ist illegal, oder? Natürlich ist es das. Dafür könnten sie mich... Dafür könnten sie mich hinrichten lassen. Wenn sie mich erwischen, wie ich nicht meine zugewiesene E6-Ration nehme, keine Ahnung, was sie dann mit mir machen. Und warum erzählst du mir das? Ich hatte gehofft, du verstehst vielleicht mein Problem und hilfst mir, es zu lösen. Und was genau erwartest du von mir? Ich habe meine ganzen Rationen immer nach draußen bringen können, als ich noch Außendienst hatte. Jetzt bin ich allerdings den Stadtwachen zugeteilt worden und habe mein Elex einfach nur in meiner Truhe verstaut. Und demnächst steht eine Inspektion an. Das Elex muss bis dahin verschwunden sein. Nicht auszumalen, was passiert, wenn sie es bei mir finden. Doch nicht, ist das kein Trick. Wegen deiner Elex-Ration. Ich helfe dir, sie loszuwerden. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich dachte schon, ich finde gar keinen Ausweg mehr aus dieser Situation. Hier, nimm diesen Schlüssel. Er ist für meine Truhe in den Baracken. Dort habe ich das Elex verstaut. Dann fragen wir ihn aber nochmal, warum er keine mehr nimmt. Wieso nimmst du keine mehr? Nachdem die neue Direktive in Kraft getreten ist, habe ich wesentlich weniger Elex bekommen als in den Zeiten des Hybriden. Ich hatte Angst. Ich meine, richtige, echte Angst. Es war, als würde ich meine Persönlichkeit verlieren. Alles, was mich ausmacht, wurde plötzlich in Frage gestellt. Aber dann, einige Wochen später, begann ich zum ersten Mal Vorteile zu bemerken. Ich traf richtige Entscheidungen aufgrund dieser Angst. Das war der Moment, wo ich es merkte. Diese richtigen Entscheidungen führten zu noch etwas anderem. Glücksgefühlen. Emotionen sind nichts anderes als ein Belohnungssystem. Triff richtige Entscheidungen und du fühlst dich gut. Ich bin geradezu abhängig davon geworden, richtige und effektive Entscheidungen zu treffen. Ich will kein Elex mehr nehmen. Das macht mich schwach und ineffektiv. Ich hoffe, du verstehst mein Geschwafel. Irgendwas, worauf ich achten muss? Lass dich nicht erwischen, wenn du an meine Truhe gehst. Ganz besonders nicht von mir. Ich gehöre den Stadtwachen an. Wenn ich einen Fremden an einer der Truhen sehe und nicht eingreife, kann ich mich auch gleich selbst hinrichten lassen. Eins noch. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Aber in ein paar Tagen müsste eine Inspektion anstehen. Wenn das Elex bis dahin nicht verschwunden ist, war es das für mich. Also bitte, beeil dich, okay? Jetzt gehe ich aber lieber mal wieder zurück auf meinen Posten. Sonst fällt es noch auf. Ich zähle auf dich. Ja, das können wir ja machen. Müssen wir nur die Kiste finden. Garaks Geheimnis. Eine Alpwache namens Garak hat mir anvertraut, dass er seine zugewiesenen Elex-Rationen nicht eingehalten hat. Wenn das rauskommt, könnte ihm das als Insubordination ausgelegt werden. Nachdem es eine Inspektion ansteht und er nicht weiß, wie er dem entgehen soll, hat er mich gebeten, das Elex aus seiner Truhe zu klauen. Sie steht am Ende seines Bettes in der Kaserne der Wachen. Ganz da an der Ecke. Wo kommen die jetzt hier? Ja, wie können wir uns jetzt da reinschleichen? Ja, wie soll man denn da reinkommen, bitte? Der vielleicht eine Mission für uns hat. Guck mal, vielleicht oben mal auf das Gebäude drauf. Vielleicht kann man von oben irgendwie rein. Tja, ich weiß nicht, ob ich ihm da helfen kann. Sieht schlecht aus. Muss man vielleicht mal in der Nacht uns reinschleichen, hm? Ah ja, da schläft einer. Vielleicht kann Korni auch gar nicht schleichen. Was soll dieses Verhalten? Unterlass das gefährlichst. Noch sieht uns keiner. Und leise wieder raus. Den ganzen Rest lassen wir hier. Den Treibstoff hätte ich aber auch gerne. Speichern wir mal an dieser Stelle. Mehr Punkte in Heimlichkeit will ich eigentlich nicht stecken. Und heimlich wieder raus. Wie es ausschaut. Von vorne sieht es noch okay aus, so. Aber von hinten. Dann ist das eben so. Nein. So, sehr schön. Sollen wir mit ihm reden? Aber ich weiß nicht, ob wir direkt vor der Tür mit ihm reden sollen. Und, hast du die Elex-Rationen erfolgreich aus meiner Truhe stehlen können? Ja, sie werden bei dir nichts mehr finden. Dankeschön. Ich wüsste echt nicht, was ich gemacht hätte, wärst du nicht aufgetaucht. Das Zeug kannst du gerne behalten. Für die Zukunft werde ich mir etwas anderes einfallen lassen müssen. Vielleicht kann man da Manna daraus basteln. Hast du eine Idee, was ich mit den Rationen machen kann, die ich bekomme? Es dauernd loswerden zu müssen, ist doch keine Lösung. Es dauernd loswerden zu müssen, ist doch keine Lösung. Was soll ich denn sonst machen? Ich könnte natürlich... Askil, er könnte die Lösung sein. Er ist einer der Wissenschaftler. Ich bin ganz gut mit ihm befreundet. Ich habe eine Idee. Ich muss direkt mal mit ihm reden. Nochmal, danke für deine Hilfe. Ich glaube, ich werde sie in Zukunft nicht mehr brauchen. Wir sehen uns. Ja, ich glaube, wir begleiten ihn mal lieber. Ich hoffe, es ist jetzt nicht sein Todesurteil. Wenn er mit dem Wissenschaftler redet. Ich würde gerne mit ihm reden, aber... Ich glaube, wir laufen einfach mal Garak hinterher. Ja, ich habe es schon öfters angemerkt, aber ich hoffe, dass sie mal diese Metall-Sounds ändern im dritten Teil. Die klingen so nach Stock-Sound für Ich-laufe-auf-Metall-Platten. Die hören sich auch überall gleich an, diese Metall-Platten. Sollten sie doch wenigstens leicht unterscheiden. Askel, dich habe ich gesucht. Was willst du, Garak? Ich habe zu tun. Ich habe nachgedacht. Und ich habe dir ein Experiment vorzuschlagen. Lass mich dich gleich hier unterbrechen. Ich habe alle Hände voll zu tun damit, Alceas Experiment im Auge zu behalten. Für ein zweites habe ich wirklich keine Zeit. Hör mich erst mal zu Ende an. Ich will quasi mit in Alceas Experiment. Du willst was? Du würdest dich freiwillig als E-10er melden? Ja. Interessant. Sehr interessant. Ich werde das überdenken und mit Cora absprechen, sobald ich Zeit habe. Darauf geht es nicht schief. Einen Freiwilligen hatten wir bis jetzt noch nie. Das könnte die vorhandenen Parameter komplett umschmeißen. Ich habe dir bereits gesagt, ich verkaufe dir nicht, solange du kein Alp bist. Also, bitte geh jetzt und lass mich in Ruhe. Lass ich ja. Das Forschungsprotokoll könnte ich mir gerne mal klauen. Hallo, Cora. Ich will von dir lernen. Gut. Was soll ich dir beibringen? Ja, ich weiß auch nicht. Was hast du denn? Tränkeffektive. Damit könnte man die Wirkung von Nahrungsmitteln verdoppeln. Das wäre jetzt nicht schlecht. Das sollten wir uns mal merken. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. So. Conny, hast du irgendwas? Systemanalyse. Analysiere. Hauptprotokolle optimal kalibriert. Sehr schön. Dann zurück zur Bastion. Da hinten können wir natürlich auch mal zur Forschung gehen. In dem Gebiet waren wir auch noch nicht. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ah, doch, einen Treibstoff haben wir noch. Ja, ich weiß, man sollte nicht aufs Fenster gehen, aber was soll's. Wo war denn hier der Tisch? Ah, der hier. 49. Wir haben zwei Stück. Das bringt uns also gar nichts mehr. Das war's. Sollen wir den jetzt noch total verbessern? Vier Bremsraketen könnte man damit aktivieren. Wollen wir da einen Lernpunkt für? Scheint. Das muss nicht sein. Erstmal nicht. Also, da mit der Steuerung muss ich mich noch mal vertraut machen. Ich mein, wenn wir schon hier sind, sagen wir auf jeden Fall Dex, hallo. Du bist sehr schnell groß geworden. Das hab ich schon oft gehört. Doch empfinde ich das gar nicht so. Vor ein paar Jahren warst du noch ein Baby und heute. Sieh dich an, was aus dir geworden ist. Hm. Und was wäre das? Ein scharfsinniger und hochintelligenter Junge. Dir entgeht nichts und du hast ein feines Gespür für die kleinen, aber wichtigen Dinge. Ist das etwas Gutes? Allerdings. Ich glaub, das Gespräch hatten wir schon. Nyra. Komm mit. Du hast doch schon einen Begleiter. Ähm, ja, Corny. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Nyrra, renn doch nicht weg. Mitkommen. Selbstverständlich. Dann haben wir sie dabei. Und nehmen den Teleporter hier in dieses Gebiet hier. Hier steigt das Risiko, getötet zu werden, ins Unermessliche. Allerdings. Ob man das noch irgendwie lernen kann, dass man sich da verbessert. Also mir kommt es irgendwie noch zu schwach vor. Also, dann müssen wir die Typen einsammeln. Mit mir sind wir da bitte noch. Au, hat mich in den Rücken getrocknet. Da bräuchte ich immer so eine Schnelltaste mit Granate. Das war gar nicht gut. Eins, zwei. Ah, Nura, hilft wieder. Oh, da bin ich gekriegt. So war das ja nicht gedacht. Waffen einsammeln. Aber wenn da auch plötzlich so viele kommen. So, wir müssen mal wieder zum Essen machen, irgendwo was braten. Da wäre das schon ganz gut, wenn man da mehr Heilung aus dem Essen raus bekommen würde. Dann könnte man die Ration halbieren. So, zurück. Wir können es abgeben. Nicht, dass sie uns noch schlecht werden in unserem Inventar. So, wer ist da? Also anscheinend kommen in Gebiet, wo wir schon waren, laufen nochmal Monster neu rein. Oder die haben irgendwie so ein Gebiet, in dem sie sich aufhalten und das dann hinlaufen, wo ich dann vielleicht schon mal war. Aber sie sind dann gerade zufällig auch in der Gegend. So, dann können wir es gleich abgeben. Zurück zur Schule. Ja, da schaust du. Oh, ich hoffe, die lassen den Kleinen in Ruhe. Hallo, Mankar. Ich habe Unterricht, Sir. Oh, jetzt hätte ich fast auf Stehlen geklickt, während sie da ist. Wegen der Mutanten. Ich habe die Gehirne der Hescher dabei. Ah, ausgezeichnet. Ich habe fast nicht mehr damit gerechnet, dass du lebendig zurückkommst. Wieso? Wir waren doch nur ganz kurz weg. War es denn schwierig, die Gehirne zu besorgen? Es war nicht leicht, aber für jemanden wie mich kein Problem. Viel mehr hätte ich nicht besiegen können. Das war ein harter Kampf. Die habe ich mit einer Hand hinter dem Rücken zum Frühstück verspeist. Das war nicht leicht, aber für jemanden wie mich kein Problem. Klingt so, als hättest du leichte Probleme gehabt. Ich denke, diese Bezahlung sollte dafür angemessen sein. Du kennst das Prozedere. Ich werde dafür sorgen, dass die Gehirne fachgerecht konserviert werden, damit ich sie mit meinen Schülern optizieren kann. So lange habe ich keine Arbeit für dich. Ich komme auf dich zu, falls ich mal wieder etwas von dir brauche. Kein Problem. Ach, fast hätte ich es vergessen. Ähm, danke? Bitte. Aber anscheinend hat keiner meiner Begleiter eine neue Mission. Fox vielleicht noch? Sollen wir mal in diese Gebiete hier gehen? Ich weiß nicht. Oder mal in diese Gebiete hier. Das wäre aber rein zur Erkundung. Genauso hier waren wir auch noch nicht. Wobei das ist jetzt schon wieder von den Invasoren. Mal gucken, ob sich irgendeiner meldet. Ja, dann soll sie doch da bleiben, wenn sie nichts hat. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Geht klar. Fangen wir mal bei Fox. Alles fit? Aber sicher doch. Mit dir zusammen läuft alles wie geschmiert. Mh, er hat anscheinend auch nichts Neues. Hat er irgendwas, was er braucht? Falk? Hey, du meldest dich aber, wenn du ein weiteres Experiment starten willst. Ehrlich gesagt hätte ich das schon längst getan. Aber? Ich bin mir nicht sicher, ob es zielführend ist. Das finden wir sicher heraus, sobald wir starten. Also, wie sieht dein nächster Plan aus, um menschlicher zu werden? Ich möchte der Bastion helfen. Um die Bastion herum gibt es eine Menge Gebiete, die wilde Tiere und andere störende Kreaturen beherbergen. Lass uns auf die Jagd gehen und sehen, was wir tun können, um die Bastion vor ihnen zu schützen. Was genau soll das bewirken? Ich helfe damit meinen Freunden. Das ist doch eine dieser Sachen, die euch Menschen so menschlich machen, oder? Hm, im Grunde schon. Dann lass uns losgehen. Du sagst mir, wenn du bereit bist. Mitkommen. Natürlich. Falk ist also dabei. Er hat auch eine neue Mission für uns. Die schauen wir uns heute aber nicht mehr an. Machen wir an dieser Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe es hat dir gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.